Ich weiß, dass du ein großer Berlin-Fan bist. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Deshalb muss ich auch her, auch außerhalb des Pokerns einfach. Die Stadt, ich weiß nicht, es wundert mich, mittlerweile wird sie ja so multikulturell, dass Deutsch eigentlich fast ausgeschlossen wird von den Kulturen, die hier noch drin sind. Ich gehe in die Bar und rede Deutsch, aber das wird er nicht verstanden. Oder ich weiß nicht, mein Kumpel meinte auch, er kann Feuerzeug, wenn er auf der Straße braucht, muss er eigentlich auch auf Englisch fragen und nicht mehr auf Deutsch.